So cool, dass heute sein Nikolaustag ist. Ja, jetzt kommt die Weihnachtsmann-KoKage-Special-Folge. Ja, so cool. Oh, ich sollte vielleicht langsam mal los. Die Kinder warten schon auf mich. Ja, Weihnachtsmann, mach das. Wir bereiten hier noch alles auf Weihnachten vor. Ja, mach das und ich gehe da mal los. Der Nikolaustag ist schon fast vorbei. Ja, viel Spaß, Nikolaus. Danke, euch auch. So, Rudolf, jetzt geht es los zu den Kindern. Den Schlitten haben die Wichtel ja schon weggepackt. Jetzt kann es endlich losgehen. In Löffingen angekommen. Wo bin ich denn hier? Ah, ich weiß es, in Löffingen. Und das ist auch schon das erste Haus. Hier wohnen noch Lisa und Lukas Schumanns. Da gehen wir direkt mal hin und bringen in ihre Säckchen. Oh, Rudolf, du wartest hier. Ich bringe kurz die Säckchen vor die Tür und dann geht es weiter. So, die werden sich freuen. Jetzt geht es mal weiter. Da muss ich gleich drei Säcken abliefern. Einmal für Paula, einmal für Alex und für Anna. Die werden sich auch sehr freuen. Na, komm mal kurz in die Küche. Da liegt was für euch vor der Tür. Ja, wir kommen sofort. Juhu, der Nikolaus war da. Endlich, wir sofort reinschauen. Niko, da sind richtig viele süße Sachen drin. Ja, Mandarinen und Nüsse und ganz viel Schokolade. Juhu. Mama, Papa, komm kurz. Der San Nikolaus war da. Wow, wie schön. Ja, echt schön. Was ist denn da drin? Keine Ahnung, habe ich noch nicht reingeschaut. Oh, da sind Zuckerstangen drin und ganz viele Nüsschen mit Mandarinen. Sehr schön. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Nikolaustag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.